Hallo, 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 weiter geht's mit Jack the Fidget, willkommen dazu, ich bin der Lars und der letzte vorproduzierte Part ab morgen dann wieder live, jawohl, beziehungsweise am gleichen Tag produziert, wo ich es auch hochlade. Ja, ich bin voll im Marathon hier am Aufnehmen, 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 nur für euch, ich hoffe, das schätzt ihr auf jeden Fall und ihr wisst, wie viel Arbeit es macht, wirklich täglich was hochzuladen, das ist nicht gering und man merkt es halt immer wieder, wenn man ganz, ganz, ganz viel am Stück aufnimmt, mach ich ja nicht, normalerweise nehme ich nur einen Tag vorher auf und wenn ich halt am Stück drei, vier, fünf Parts vorproduziere, dann merkt das richtig krass. Also, wenn ich irgendwann mal zwei Wochen Urlaub bin, ne, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, dann so viel vorzuproduzieren, das ist echt anstrengend, Leute und ich hoffe, ich schätze das auf jeden Fall. Server 22, Server 23, Server 2 UK habe ich heute noch am Start, die drei Server machen wir noch. Letzte Aufnahme für heute, ne, vorletzte, ich muss noch eine machen, ja, immer wieder eine noch. Es ist nach 0 Uhr, das bedeutet, den ersten Part kann ich wieder aufnehmen, das passt soweit, ich habe noch keine Alu gezockt, die Stabwache ist noch drin, deswegen können wir jetzt etwas ins Klo schmeißen, ich schmeiße nämlich diese Waffe rein. Leute, wir können jetzt spülen, ihr wisst Bescheid, wir sind Aura Nummer 28, gehen auf 29 hoch und das bedeutet, wir bekommen hier zu 100% ein Epic raus. Ihr könnt ja gerne jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was dabei rauskommt, gerne reinwichsen, das passt soweit und das bekommt auf jeden Fall mein Kollege richtig geiler Stab, sehr geil. Gitarre kann weg, schade die Gitarre natürlich, aber schreibt doch bitte jetzt in die Kommentare, was für ein Epic, für welchen Slot der rauskommt. Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht und wenn ich daran denke, am Montag, ich kann es euch nicht versprechen, werde ich dann vielleicht den Kommentar sogar einblenden, der richtig lag. Wir spielen, ich hoffe natürlich auf eine Waffe und mal schauen, was wir bekommen. Wir bekommen Trämmelwirbel, Trämmelwirbel, Trämmelwirbel und wir bekommen... Jawohl, das Drachenkostüm der Flauschigkeit, alle Attribute Epic, auf jeden Fall besser wie, oder als, oder wie, wie auch immer, ich bin zu dumm dafür, Entschuldigung. Besser auf jeden Fall, wie zum Beispiel ein Glücksepic, das ist in Ordnung. Denn das Drachenkostüm der Flauschigkeit ist ganz flauschig, es ist wunderbar, gefällt mir, aber können wir nicht gebrauchen. Wenn unser Begleiter, mal gucken, unser Begleiter, unser Begleiter hat, ähm, 4, 8, 7, 4, 15 auch nicht, eigentlich braucht er das nicht. Können wir dann quasi ins Klöchen reinwichsen, äh, zum nächsten Mal, die Aura steigt, sehr schön, ihr wisst ja, umso höher die Aura ist, unsere geilere Items bekommt man, von daher soll das Ganze passen. So, dann gehen wir mal hier auf unseren Charakter, wir haben kein Gold zur Verfügung, das wir verskillen können, also muss ich in den Dungeon rein, das Dämonenportal betreten. Eigentlich ist es dumm, bevor man die Alu zockt, das Dämonenportal so betreten, wo man halt nach der Alu etwas stärker ist. Ja, logisch, mehr XP und so weiter und mehr Skillen, also kann ich keinen empfehlen, aber der Rübezahl, das ist einfach nur so ein Lucky Ball. Gestern, gestern hatten wir so knappe Trice bei dem und jetzt muss er ja wohl fallen, sonst werde ich durchdrehen, ausrasten und einfach nur gehen, hier, Ferge, Lust, Ferge, beziehungsweise an alle Beglücke, indem ich ihn in ein Schild von hinten hinein schiebe. Bin übrigens dabei, gerade Tele 5 Raw zu gucken, was sehr interessant ist, äh, mal wieder langer Zeit Wrestling gucken, ich weiß nicht, ich bin, äh, gerade etwas überrascht, was für Lappen teils da rumlaufen. Und es war früher doch sehr, äh, irgendwie epischer, ich weiß nicht, ich, ja gut, ich sag mal Lappen, was anderes ist natürlich alle kräftiger gebaut wie ich, ist natürlich logisch, das ist halt ihr Beruf, äh, ihr Körper mit. Aber wenn, so ein John Cena ist ja in Ordnung, der sieht ja ganz gut aus und, weiß ich nicht, so ein Randy Orton mit RKO ist ganz lustig und so weiter und dann kommt da so ein komischer Typ, den ich noch nie vorher gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wer das ist und der sieht total, total lächerlich aus, so in ner Jeans. Wer restet denn bitte in ner Jeans, ey, ich hab gar keinen Bock drauf, aber, ich meine so, das sieht alles, äh, etwas, äh, der sieht ein bisschen komisch aus, ich weiß nicht, was der da macht. Oh, RKO, ne, so ein anderes Ding da, ich hab keine Ahnung, Leute, was da so abgeht, aber, ähm, John Cena bekommt grad in die Fresse. Irgendwie will der nicht fallen, das regt mich hier grade auf. Wieso willst du nicht fallen, du dreckiger Bastard? Du bist scheiß Rübel, sei jetzt verreckt doch endlich. Och, leck mir doch die Eier, sag ich jedes Mal aus, gib mir auf die Eier, warum ist der denn immer auch da? Der kann nicht fallen, er will nicht fallen und, äh, ich lass es lieber sein. Rang 10 ist okay, ja, ist okay. In der Gilde betreten wir das Portal hier, yay, dieses alte Glupsch-Tier angreifen, jawohl, Glupsch-Tier. Und das Spiel sagt mir, es verhöhnt mich nochmal und sagt mir nämlich, Lars, du schaffst den Turmgegner nicht und ich schaff ihn auch nicht. Der alte Sack, gewinnen wir ja wohl, Rang 10 können wir bleiben, 10 ist meine Lieblingszahl, von daher passt es. Post, schauen wir mal durch, die ist leer, hab ich ja vor, äh, vor 20 Minuten noch schon eine Aufnahme gemacht, von daher ist sie auf jeden Fall leer. Weil ich vor, ja, ich vor einer halben Stunde, knapp einer Stunde aufgenommen habe, wieder. Deswegen greifen wir jetzt nochmal an, den, den Pro-Paar, jetzt sind wir Rang, immer noch Rang 10, ist okay. Samba 22, Samba 23, das gleiche, dort, äh, haben wir auch kein Gold in der Hood, obwohl doch, ich hab hier auch keine Aufnahme, beziehungsweise, oh. Oh, ich hab, wir hab, das, ich, nein, natürlich wir. Ich sag's ja immer wieder, das ist, ähm, Moment, ich muss meine Gilde vorbeischauen, hab mich gemeldet hier zum Kampf, das passt. Ähm, Shakes and Fitche, die Gilde, beziehungsweise der Clan, der ist wichtig, ja, das heißt die Gilde, Clan bei Shakes and Fitch, äh, bei, äh, Kork, Entschuldigung. Der ist sowas von wichtig, Leute, als Ego-Typ kann man hier nichts reißen, das ist genauso wie andere Spiele, zum Beispiel LOL, hab ich ja als Beispiel gesehen, ohne, beziehungsweise, wenn man nicht im Team oder in der Gruppe arbeitet, kann man hier nichts reißen. Deswegen, ähm, bleibt auf jeden Fall euer Gilde treu, beziehungsweise steckt da alles rein. So, hier haben wir einen Trank, sehr schön, ganz viele kleine Minitränke, ich hab's schon mal gesagt, die Tränke hasse ich, wieso gibt's die denn noch? Oh, ey, wie viele Tränke kommen denn hier, was ist denn los hier? Und alles nur so Scheißdinger, die kein Mensch braucht, ja, und am Ende ein Stück Scheiße, hochwertiger Dung des Hütchenspielers, na klar, voll reingeschissen, die alte Wurst, so eine richtig spritzige Spritzwurst, die so richtig stinkt, die aber so übertrieben stinkt, das ist ja gar nicht, Klo haben wir, haben uns einer runtergeholt da mit der jungen Dame, also Waffenzauberlagen gibt's hier schon mal nichts, in der Gilde blinkt es fleißig, da die wir uns Dämonenportal betreten, sehr schön, wir können hier sogar noch skillen, Level Up hatte ich nicht, deswegen muss ich meine Begleiter nicht skillen, 324 passen auch, wir skillen intelligent, Intelligenz, wir skillen ein bisschen Ausdauer, na gut, das passt nicht mehr, ein bisschen noch stärker, weil es ein bisschen weniger ist von den Nebenattributen wie Geschick, und Arena-Kampf greifen wir hier, I am an, das war ein sehr knapper Try, boah, ist das knapp, Leute, sowas kommt sehr, sehr selten vor, alter Schwede, ich sehe mich immer mal, ist ja unnormal, oder, 18.086, 18.086, und überlegt euch mal, 18.086, und, boah, das ist richtig, das ist richtig knapp, Leute, das ist richtig knapp, Rang 23 sind wir gefallen, ich wurde wieder angegriffen, ich hab's im Park gesagt, von wegen, ich bin sehr hoch, jetzt werde ich wieder im Vergnuss weckelt, das gibt's doch gar nicht, hallo, hallo an alle, weil ich bin neu, okay, alles gleich, mein junger Freund, Einladung validiert, danke schön, was haben wir hier noch, Raid, ähm, Anmeldung, wie man eine Challenge, achso, hat man ja schon, falls du gerne eine Idee für eine Challenge hättest, wie wär's damit, äh, es gewinnt der, der am Ende die meisten Basis, äh, Basis-Nebenattribute hat, eine sehr interessante Idee, ich hab auch schon Ideen, nicht schon, nicht nur eine Challenge, sondern auch ein, äh, ein Turnier zu machen, wo man sagt, man hat eine Woche Zeit zu leveln, also eine Woche Zeit, auch mit 300 Alu von mir aus, in, in einer Gilde, ja gut, 300 Alu konnte man was machen, dass man so richtig Gas gibt, eine Woche gibt man richtig Gas, haut richtig rein, und darf jede Klasse nehmen, wie man will, oder nur eine bestimmte Klasse, und dann muss man gegeneinander ein Turnier bestreiten, ab diesem Moment, wo man, sag ich mal, eine Woche gespielt hat, der hat das level, der hat das level, und so weiter, und die, ähm, Sachen, da muss man ein Turnier machen, dann werden quasi die, äh, Leute ausgelost, wer gegeneinander kämpft, und dann werden, würde ich mal sagen, ähm, ähm, weiß ich nicht, irgendwie, zehn Angriffe gemacht, das heißt, jeder muss, äh, zehnmal den anderen angreifen, und wer von diesen Angriffen, äh, die meisten Siege hat, kommt quasi eine Runde weiter, ist ein bisschen schwierig zu, ähm, organisieren, beziehungsweise, um einzuschätzen, was richtig ist, was nicht, beziehungsweise, wer schummelt, muss man sich mal überlegen, aber die Idee ist eigentlich ganz, äh, ganz cool, finde ich, dass man dann so Angriffe macht, und quasi, wer dann zehn davon am meisten gewonnen hat, der kommt weiter, und dann turniermäßig und im Finale, und so weiter, das könnte sehr viel Spannung geben, und auch ganz interessant werden, die Frage ist nur, wie man das alle zeigen will, dass man die ganzen Szenen immer sieht, ich hoffe, ihr wisst ungefähr, ich will so ein Turnier, ein Shakespeare, will immer was anderes, und, äh, ich bringe, ich schmeiße es mal so in den Raum, ihr könnt ja gerne mal, äh, dazu was sagen, zu der Idee, was ihr davon haltet. Also, Waffenzauberladen hatten wir, das gilt haben wir auch, Dungeon-Bortal betreten wir mal eben, greifen die, die einen Filterbock an, ist so okay, betreten nochmal hier den Jan, ne, brauchen wir nicht, den Jan brauchen wir nicht, den schauen wir nicht, wir können aber hier reingucken, ob wir den Fotzen-Uger-Kopf endlich mal Richtung Hölle schicken können, das wäre nämlich super genial, und, natürlich wär's das, hatten wir heute noch gar kein Nice rausgedrückt, weil halt nichts fällt, aber die Idee, für die Idee gibt's ein Doppel-Nice, weil die finde ich sehr sexy, bloß die Frage ist, wie man das umsetzen kann, dazu seid ihr gefragt, nein, muss man sich mal was überlegen. So, natürlich mit so einem Privatserver wär's halt ziemlich cool, aber Leute, es ist leider nicht legal, das Ganze zu machen, und es ist auch nicht legal, Privatserver von Shakespeare zu zeigen, sonst könnte man ziemlich coole Challenge-Sachen und so weiter machen, das Ganze auch perfekt überprüfen, weil man da zum Beispiel einstellen kann, keine Pilze und so ein Scheiß, alle, aber Leute, es geht halt nicht, ich darf es nicht zeigen, ich werd es nicht zeigen, weil es eben illegal ist, und mit illegalen Sachen will ich halt nichts zu tun haben. Willst du Bescheid? Wir schaffen den nicht. Warum schaffen wir denn nichts? Das ist doch, das stört mich, dass wir nirgends so was schaffen. Das macht mich grad schon wieder depressiv, depressiv, natürlich, depressiv, Alter, ich kann das Wort nicht aussprechen, da kam übrigens ein AKO, alter Schwede, der Drinny worden wieder zugeschlagen. Depri, na egal, ich hör lieber auf, bevor es noch drüber Ruhe kommt. So, was haben wir denn jetzt vergessen? Ich weiß nicht, Klo waren wir auch, ne? Haben wir eine Wurst reingeballert? Na klar, haben wir, haben wir. Waffenzauberladen, Dungeon, haben wir das gemacht, in der Gilde haben wir noch nicht betreten, da betreten wir nochmal auf, ziehen der Mumie ein paar Prozent ab, sehr schön. Wie man sieht, ich klatsche ihn auf 70%, sehr schön. Die 10%-Bumie wieder draufgerechnet. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir auf den letzten Zimmer für heute, das ist so was, zwei UK United Kingdom. Schau mal, ich stelle in der Gilde vorbei. Hatte ich mich noch zum Gemeldet zum Kampf? Ich glaube, ich hab's gemacht, sehr schön. Aber so viele, schaffe ich so viele? Glaubt an mich, glaubt an mich! Nein, das war, das waren zwei zu viel. Verdammte Scheiße, das gefällt mir nicht. Zum Angriff zur Verteidigung melden ist sogar in einer Stunde schon, sehr schön. Waffenladen war eben, wir haben ja, äh, letztens ein, äh, eine Epik bekommen, was mich sehr glücklich gemacht hat und ich habe auch sehr laut rumgeschrien. Nämlich ein Schild, was wir jetzt auch ins Klöchen reinknallen können. Erstmal die Sachen hier verkaufen. Ich glaub, das ist, das ist nochmal ein altes Schild, jawohl. Das kann dann weg, weil der Begleiter leider im Turm kein Schild tragen kann. Das ist ein Schild, das wir ins Klo reinspeisen können. Leute, Schilde können sich nicht ändern, weil es kein, oh, waren wir schon auf dem Klo? Ah, ah, es ist ja, ach, verdammt, UK ist ja eine Stunde vor. Das bedeutet, da ist es gerade nicht 0.19 Uhr, sondern es ist, wenn man hier überschreibt, oh, fuck, nein! Ach, zum Glück war die, war die, ähm, war die Gildenbeschreibung nicht top. So, bleibt halt so, ich hoffe, sieh die gelöscht. Hab's, hab ich schon mal gemacht, äh, ist okay. Hey, das ist, das ist eine gute Gildenbeschreibung, die sollten wir beibehalten. Oh, ich bin so scheiße, Entschuldigung. Wäre jetzt so ein ultralanger Text, wäre das ein bisschen blöd. Ich wollte nämlich das hier schreiben, und zwar das. Es ist hier nämlich gerade 23.19 Uhr und es ist 0.19 Uhr bei uns, weil es quasi eine Stunde vorgeht. Das bedeutet, hier können wir das Dämon-Portal noch gar nicht machen. Haben wir ja schon gemacht. In der Gilde und so weiter. Ach, ist ein bisschen blöd. Gilde, das ist alles, äh, das, was ich mir später durchlesen werde, beziehungsweise am Montag erst, weil ich da zu der S kommen werde dann. Ja, dann können wir eigentlich nur hier äh, etwas skillen, ist nicht viel. Ein bisschen rein skillen, dann passt es. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Arena-Kampf machen gegen diesen jungen Freund, natürlich gewinnen. Top 20, oh, es erhüpft. 94,35. Entschuldigung. Haben wieder ein paar Prozente bekommen. Sehr geil, alles natürlich hier vergoldet. Was denn sonst? Noch ein Arena-Kampf. Oh yeah. Und noch ein Arena-Kampf. Oh yeah, wir könnten die, glaube ich, Top 100 schaffen. Und das werden wir auch bald. Leute, ich freue mich auf Top 100 und dann Top 50 und irgendwann Platz 1 auf Server 2 UK. Ihr müsst nur an mich glauben und ihr glaubt hoffentlich an mich. Wenn nicht, seid ihr alle super geil. Nein? Nice. So, dann gehen wir in den Dungeon und versuchen mal hier den Commander. Ob wir den schaffen, weil I love Community. Ich glaube, dieser Kollege ist leider nicht drin. Deswegen greife ich doch lieber den, ähm, Kollegen hier im Türmchen an. Weil er doch sehr nackt ist und wir seine kleinen, äh, Pimmel nicht sehen möchten. Mit seiner dicken, fetten Plauze da vorne und den richtig genialen Hängetitten. Wo ich so gerne mal dran lutschen würde. Oh. Oh, behaarte Hängetitten. Behaarte Männer Hängetitten. Oh. Nein, bitte nicht ernst nehmen, sowas. Ach komm, komm, komm. Obwohl, ich brauche noch 10 Pilze, damit ich Alu spielen kann. Weil ich kann nur noch einen Tag spielen. Dann bin ich ja für die Tage weg. Dann muss ich Pilze aufladen am Wochenende. Dann passt das so weit. Dann würde ich mal sagen, war's das? Ein kleiner, knackiger Part. Bitte, äh, 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 bitte beseb, äh, beziehungsweise bitte bedenkt bei der Zeit des Let's Plays. Beziehungsweise der Folge. Erstens, ich hab hier was gelöscht, weil ich scheiße bin. Und zweitens, denkt daran, ich hab grad schon 8 oder 9 Parts oder weiß ich wie viele Sachen aufgenommen. Dass ich dann, äh, quasi vorproduziere. Ich hoffe, das passt. Marathon ist jetzt vorbei. Meine Stimme versagt. Ich bin total am Ende. Geh jetzt gleich pennen. Und ich hab alles vorproduziert. Außer einen Part, den ich dann noch, beziehungsweise doch einen Part, den ich noch morgen vorproduziere. Wir fahren ja morgen erst nachmittags. Von daher sollte das passen am Morgen. Ich bin einfach fertig. Ich geh jetzt in Bett. Und ich, ich, bei euch ist jetzt 15, 16, 17 Uhr, wie auch immer, wo ihr grad, äh, den, äh, den Part hier schaut. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen, wenn's euch gefallen hat. Lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Feedback freut mich immer wieder. Äh, Kommentare auch gerne rein. Werde ich so gut wie es geht beantworten. Und dann würde ich mal sagen, seid ein Haufen super neister Boys. Reingau'n. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Nice. Ja, da muss man auf dem Part berden. Tschüss. Hü-hü-hü-hü. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020